Ich glaube es merkst du, wenn der Lamsan anfängt zu rauchen. Ich kann einfach sogar mit den Wänden, die so schräg über mich hinweg gehen, hochfahren. Eingeparkt. Ist nicht für mich. Achso, Telefon. Ja. Nein! Nein! Doch, wirklich. Ich werde es nicht los. Was wirst du nicht los? Ja, dass ich die ganze Zeit Lois sage. Ist so nervig. Absolut, lass dich selber damit. Ja, ich glaube heute machen wir nicht mehr so lange, okay? Ja, wir können die Aufnahme gleich mal dem Ende entgegen kommen lassen. Ich würde aber nur noch gerne mein Inventar ein bisschen aufräumen. Ich habe eine Hylot-Sonnenstein-Statue. Das heißt, irgendwo waren doch Hyloten. Naja. sind diese feuerkalkskörper wenn die auf irgendwas treffen auf dem festen gegenstand freien die ab gegen den gegensitz richtung trickshots machen ist schon kaum auf youtube feuerwerks trickshots bist du gerade zu hause ja zeig dir mal was ich meine kleidung kann ich auch immer wieder verkaufen zwei waffen kann ich gerade verkaufen und die kleidung mache ich irgendwann ab ich muss ja mal sagen gerade weg die ich überhaupt nicht mehr brauche guck mal was machen wir denn eigentlich man jedes mal wenn ich das nicht sagen dass wir auch das fängt mich so ab das soll man manchmal wird klapp halten was ein problem mario ich weiß was ist dagegen tun keine ahnung ich hätte es noch mal ganz kurz sachen verkaufen ein paar sachen auf mein schiff packen und dann ich habe keine ahnung ich weiß gar nicht was ich da habe ich bin so excited über meine tricks unbelievable he ist so cool his trickshots are unbelievable he ist so cool he ist so cool he ist so cool Und again. Und again. Und again. Also was kann ich denn alles am Essen machen? Krass wie viel ich machen kann. So, das war's bei mir eigentlich hiermit. Ich bin wieder zuhause. Ja, toll. Und eine Sache muss ich noch einpflanzen. Wenn der da irgendwo aus frei ist. Ne, wir müssen das Feld wieder vergrößern. Ja, da hinten hat's gepasst. Das allerletzte. Ich hab nämlich diese hier gefunden. MLG, MLG. MLG, MLG. Waren wir zum Abschluss hin? Boah, voll die Kutschnecke hier. Boah, hast du das gerade gesehen? Guck mal hier. Wie so'n Flummi. So'n Turmarm. Oh, Moment, Moment. Woah. Oder? Woah. Woah. Schieß nochmal runter. Moment. Gian 응 Mö, jetzt regnet Funken. Woah. Und. Und. Zum Abschluss nochmal runterspringen. Ich weiß nicht was, ihr macht das mit der Pflanze. Ich hab nur platziert. Komm. Spring oder Schisser. Tch. was war denn da die pflanze kann es nicht umgebracht haben doch als ob uns die pflanze umgebracht hat du dreckiger wichser die pflanze schiebt es nicht auf die pflanze als ob uns die pflanze verumbringt nein das war was anderes du hast da was hingesetzt nein das ist mir jetzt in die schuhe die pflanze abgebaut doch ich höre auf das auf meine arme pflanze zu schieben ist nichts anderes wenn du genau auf die spitze der der pflanze knallt dann rammst du dir die pflanze durch dein anus hey warum machst du jetzt einmal zeug wieder her ja was weiß ich was dein zeug weil beide sind zufällig aufgegangen ich sortiere das oben ich glaube das spiel ist wieder halb stürzen bei mir weil du mich umgemacht hast ja weil ich es schuld war genau meine platte würde sowas nicht mehr zu tun also die so weit ist es echt schon gekommen mal guckt mich einfach um und schiebt mir die schuhe traurig aber leider wahr ich hätte mehr heißen nein das war die ja und die bandagen nehmt er sich erstmal selber du hast gerade Leben generiert ja aber ich habe irgendwas gegessen was Leben generiert das müsste so ungefähr gelesen sein ja heute hatte noch ein paar salvos einfach was? paar salvos diese tücher da diese verbände da oh energy danke war das alles? siehst du das hier? ja das existiert nicht mehr ich kann sehr gerne da unten hinsetzen und du kannst rausspringen wow energy trickshot wow jetzt muss der guy trickshot wo hast du das gesehen? so wow 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 mlg heee 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 er würde mal vorschlagen den feuerwerk verabschieden wer weiß wer weiß wo wie dir diese aufnahme eingehen wird ob sie da anfangen mit oder in deiner folge sein wird dum 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 ok dann werden wir einfach nach dem nächsten cut sehen so noch irgendwas zu sagen nö ne cut 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 schaut euch mal naja an ja vielleicht spielen wir das gleich sogar noch ja vielleicht ja ok also wir müssen jetzt mit michi noch reden mit tim mit dem wird nicht geredet der wird dazu gezwungen ja wala wala ich rufe gleich nach michi ok dann bis demnächst tschau 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 yeah schlapp ich bin Batman haa hallo 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 ja willkommen zurück zu einer weiteren Starborn Session oh man das wird wieder stunden dauern so ja Ich habe jetzt mal angeguckt, was Mario jetzt, also ich habe jetzt das nochmal angeguckt, hier mit der Bahn und wir haben schon neue Projekte. Die Bahn muss erhöht werden. Wo ist eigentlich der Wagen? Oh. Hallo Wagen. Hallo. Nein. Die kommt nicht ran. Oh Gott, oh Gott, nein. Jetzt falle ich in die Anrichtung, nein. Tschüss. Tschüss. Die Bahn wollen wir ein bisschen erhöhen, wegen Natur und so, weil wir sind voll naturfreundlich. Vor allem, vor allem wir, ja, wir, ja, klar. Ja, ich will das. Und du auch. Falsche Richtung. Das heißt, wir brauchen Schienen. Also Stahl. Und wir wollen ja... Wir brauchen Stein. Ja, wir wollen unser Haus nämlich auch erweitern, haben wir schon so ein bisschen, na, schon Gedanken gemacht. So, schon Nummer eins. Tür ist weg. Yay. Wir können hier durchlaufen. Wir können hier durchlaufen. Dann gibt es ein Planeten, wo es Stein und du, was die gibt. Und zwar nur Stein und du hast die... Gibt es einen? Stimmt. Also nicht nur, aber sehr viel. Sollen wir mal suchen? Ja, kannst du mal suchen. Äh, wir haben das. Was? Ich guck schon mal, wie viele Steine wir überhaupt haben. Also das Lager müsst ihr sowieso noch ein bisschen ausbauen. Äh, das ist anderer Stein, glaub ich, ne? Also extra Stein. Aber ich bin dafür, dass wir auch mal andere einen Hintergrund nehmen können. Wir müssen ja nicht immer nur denselben nehmen. Den Schwermstein machst du doch aus Cobblestone, ne? Den im Hintergrund? Ja. Äh, ich glaub ja. Ich weiß nicht, Schwermstein. Bada-baa. Ich muss doch, glaube ich, die Musik ein bisschen leiser machen. Obwohl die sehr gut ist. Ähm. Hier nochmal, also Cobblestone-Brick. Und dann, das ist auch, glaube ich. Ja, okay, 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 okay. Genau, Smallstone-Brick. Wann hängt denn mal ein Bild? Ah, nee, Heavystone-Brick. Heavystone-Brick. Das für ein Bild? Im Lager. Achso, das, das, das hatte ich mal so mitgenommen. Und ich wollte es mal schöner gestalten. Okay. Wie gesagt, aber ich würde nicht überall denselben Hintergrund benutzen, oder? Ja, weil wir wollten ja auch unser, unser, ähm, Degens unter dich machen, unsere, ähm, unsere Felder wollten wir ja unter dich haben. Ja. Und deswegen könnte man ja, da, wo wir die, äh, die ganzen Felder machen könnten, wir, hatten ja schon so ein Felder-Hintergrund, so, Natur belastet. Da müssen wir keine Steine machen. Das stimmt. Kann man eben vielleicht so ein bisschen außenrum mit Holz oder so verkleiden? Ja. Das ist so, wie so ein Wintergarten aussieht. Genau. Und den Umriss, äh, könnte man auf, äh, also die, äh, die Außenmauer, würde ich auf jeden Fall diese Heavystone-Bricks machen. Oder man macht den Hintergrund mit Glas. Ah. Oh, man macht das so sehr nicht passiert. Oh. Oh. Van magnesium. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020